Wir zeigen euch heute das Ankel-Checks in Plachau und es ist direkt am Event-Gelände, von dem her super praktisch für uns. Und es sieht wirklich besonders aus, deswegen schaut unbedingt zu, weil sowas habt ihr wahrscheinlich noch nie gesehen. Die Lobby und auch der Essbereich sind schon mal total besonders mit diesen Schaukeln und hier auch den Korbstühlen. Schaut mal wie cool das aussieht, über die Bequemlichkeit lässt sich streiten. Ich fand es nicht so gut, aber die meisten haben uns voll gefeuert. Ausschauen tut es halt echt ganz schön. So und jetzt zeige ich euch mal, wie die Zimmerchen so aussehen. Nämlich ziemlich gut. Hey, das ist doch geil, ich bin in einem Zimmer. Ne, du bist kein Zimmer. Du solltest mal deine Trick-Sachen aus. Aber ich sehe trotzdem gut aus. Und gebt euch mal diese Terrasse. Das Wichtigste vor einem langen Tag am Berg ist natürlich ein gutes Frühstück. Deswegen schauen wir da ganz genau hin. Das war wirklich super gut. Und selbst wenn man sich nicht recht entscheiden konnte, dann hat der Chef einem einfach was kreiert. Nico hat zum Beispiel Frank-Kuchen mit Schokosauce bekommen. Mh, so gut. BDaher sind Schokosauce. B Serie 남자 auch planiert werden wissen. Daisy zusammen. Hier nós schauen wir mal ganz lange durch, gut da tutgebaut weil er sich diesem in ein zu. tail wie eine Benützigerativa d setteiv 기본 ges Dulkelt besser von zwei in 30. Hier fang, ihr sollt mean über Grafik Uhr oder acht swimming, sodass ohne ein Schukos Uhr. Da macht ihr ein thnasium hör puzzle bajo.